Hallo meine Lieben. Leider muss ich alle meine Videos löschen, in welchen ich Bilder benutzt habe, da ich Copyright-Probleme bekommen habe. Eigentlich hatte ich ja schon immer Fanarts rausgesucht, die halt bearbeitet waren, aber YouTube sagt immer noch, ich würde Inhalte kopieren. Dass ich sie löschen muss, tut mir vor allem leid, dass ich eure ganzen Kommentare verliere, aber leider kann ich nichts anderes machen. Und keine Angst, ich werde alle Videos wieder neu hochladen. Und dann nicht alle Teile einzeln, sondern zumindest bei den abgeschlossenen Geschichten alle Teile auf einmal. So wie das Video zu Unstellbares Verlagen zum Beispiel gut 10 Stunden gehen. Alles bleibt halt beim Alten, nur dass kein Bild mehr zu sehen ist. Ich hoffe, dass YouTube dann nichts mehr an meinem Kanal zu beanstanden hat. Das erste Video, also die erste Geschichte, die ich hier vorgelesen habe, Secret Ghost, rennt gerade fröhlich vor sich hin, was man vielleicht sogar hören kann, da mein Computer gerade etwas überfordert ist. Auf jeden Fall kommt das Video noch heute online und in den nächsten Tagen kommen dann die weiteren hinzu. Ja, es würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischauen würdet und vielleicht wieder einen lieben Kommentar da lassen würdet. Ich würde mir überい !!!